Habt ihr alle von zwei Menschen gehört, die die Welt regierten? Sie hatten die Macht über die Welt gehabt und beide haben sich eingesetzt für den Weltfrieden und haben den armen Menschen geholfen. Sie werden heute als Könige gesehen und ich trage den Namen des Königs. Der König von Arabien, Hussein Eben Ali, der Enkel von Mohammed. Der zweite König ist bekannt für die ganze Welt. Alexander den Großen, der König von Europa, er ist der König in Ägypten. Wir haben ihn zum König ernannt, weil er die Menschen, alle Menschen geholfen hat. Hussein und Alexander haben einen Weltkrieg alleine gestoppt und haben die Welt vor einem Weltkrieg bewahrt. Sie haben ihr eigenes Leben aufgegeben und sie waren beide Gottesführer der Welt. Sie haben eine Botschaft von Gott erhalten und Alexander hatte auch eine Botschaft von Gott erhalten. Und er ist ein Prophet, der im Koran erwähnt wird, dass er die Botschaft Gottes getragen hat, um die Welt zu bewahren, hatte die Welt regiert und mein Name regiert heute die Welt. Abdullah, Hussein ist der in der Zweite der Chef über euch alle. Er ist der Chef aller Präsidenten und hat das Sagen auf der Welt. So hilft armen Menschen, wenn ihr wüsstet, woher mein Name Hussein kommt. Der Chef über euch will den armen Kindern helfen. Have you all heard of two people who ruled the world? They had power over the world and both worked for world peace and helped the poor people. They are seen askings today and I bear the name of the king, the king of Arabia, Hussein ibn ala, the grandson of Mohammed. The second king is known throughout the world. Alexander the Great, the king of Europe, he is the king in Egypt. We made him king because he helped the people, all people. Hussein and Alexander stopped a world war on their own and saved the world from a world war they gave up their own lives and they were both God leaders of. The world they received a message from God and Alexander also received a message from God and who is mentioned in the Quran that he carried the message of God to save the world, who ruled the world and my name rules the world today. Abdullah Hussein, he is the second the boss over all of you, he is the boss of all presidents and has the say in the world, so help poor people, if you only knew where, Mina. There's a stark warning tonight that millions of children in Yemen, two million of Yemen's children, one child dies every 10 minutes from a preventable disease. The vicious mixture that is destroying Yemen is killing man made hunger. Dazu kommen Wassermangel, Hungersnot, Seuchen, unfehlende Bildung. Gerade Frauen und Kinder trifft das hart.